Hallo miteinander, ich grüße euch zur neuen Division 2 Video. Wir werden uns heute auf die Suche nach Kelso begeben, aber erstmal muss ich hier kleine Entwahrung geben. Viele meinen, der Season Boss aktiviert sich nicht. Er aktiviert sich, er braucht nur circa eine halbe Stunde und dann ist auch da und alles was man im Rang bereits freigeschalten hat, hat auch hinterher freigegeben und man hat es dann im Inventar oder dementsprechend die Outfits in der Bekleidung. Was einige falsch rübergebracht haben, ist zum Beispiel der neue Händler. Der ist noch nicht da, der kommt erst in den nächsten Patch mit Title Update 10.1. Aktuell ist er noch nicht da und natürlich sind da die Neuerungen da, wie der Armaufnäher, die man bauen kann. Da braucht man natürlich die Blaubausen dafür. Und einige denken auch, die Season funktioniert nicht, weil hier sich nichts aktiviert. Die finden die Nebeneinsätze nicht. Bitte bedenkt, das ganze spielt in New York, nicht hier in DC. Das heißt, wir reisen jetzt nach hier. Natürlich erstmal nach Haven. Hier fängt alles an. Sie betreten einen sicheren Bereich. So, wie ihr jetzt da seht, auf der Minimap ist jetzt auch der gelbe Punkt da. Hier beginnt alles. Agent, ich weiß nicht, wenn wir trauen können. Die Lage zwischen Paul und Roy spitzt sich seit facetod zu. Kelso fühlt sich verantwortlich, weil sie den Befehl gab. Auch wenn ich nicht mit ihnen vor Ort bin, bleiben wir über Funk in Kontakt. Hier ist auch ein neuer Charakter. Allerdings mag die uns nicht so besonders. Keine Ahnung warum. Hier droppen Schlüssel. Falls ihr irgendwelche Panda gekillt habt und habt keinen Schlüssel gekriegt, dann wird er hier getroppt und liegt hier bereit und ihr könnt ihn holen. Also hier für New York und im DC praktisch an der DC Kiste. Es gibt noch vieles mehr, was da quixt wurde und es funktioniert eigentlich ganz gut. So, schauen wir mal. Ich hoffe, du willst mir nicht meinen Hund wegnehmen. Okay, meine Güte. Du kannst den Hund haben. Echt schön, dich zu sehen, Roy. Schön, dich zu sehen, Kleines. Willkommen. Hey, hast du dir von dem Hund erzählt? Was ist mit dem Hund? Ist er krank? Oh nein, 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 keine Sorge. Die dachten, das wäre ein Schäferhund wert, aber er ist nun drei Monate und kaum größer geworden. Bestimmt ein Draßenkröter. Naja, es zückt und pinkelt immerhin nicht auf den Teppich. Er kann bleiben. Mann, hab ich das vermisst. Alles klar, Kleine? Nein, eigentlich nicht. Du siehst müde aus. Wir haben da unten noch das Zimmer. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Vielen Dank, Paul. Leg dich mal hin. Siehst müde aus. Und tu uns allen einen Gefallen. Bitte, nimm eine Dusche und zieh dir was Frisches an. Tut stinkt. Willkommen zurück, Cassandra. Cassandra? Vanguard hat ein Geschenk für dich. Folge den Brotkrumen, um es zu erhalten. Hä? Wer zum Treffer ist Vanguard. Agent, wir haben Kelso im Civic Center auf einer Überwachungskamera entdeckt. Vielleicht können Sie herausfinden, was sie am Gate gemacht hat. So, wir müssen zu das Tor im Civic Center. Das ist natürlich ein Checkpoint. Aber ihr habt jetzt auch ein neues Video im Inventar. So, wir machen jetzt ein wenig Schnellreise hin. Das ist hier oben. Ja, vielleicht sollten wir uns markieren, oder? Was angeblich auch verpackt sein sollte, ist die Exos zum Rerollen oder Rekonfigurieren. Die sollen angeblich verschwinden, also ich habe das jetzt nicht festgestellt. Aber, angeblich ist bei einigen die Igelbär verschwunden. Also, es sei denn, bitte mal ein bisschen vorsichtig wartet, bis der Entwickler Entwarnung gibt. Dann können Sie das ganze Zeug umrollen. Loser Neusort. Also, jetzt wollen Sie das einmal mit. Oh, wir müssen da lang. Wer auf der Konsole spielt, der wird gleich mal ein bisschen was feststellen, ist es wesentlich schneller geworden, das öffnet die Kisten nicht, aber zack, ist das Ding offen, man muss nur nicht mehr ewig lang drücken, aber so. So, da müssen wir doch schon mal rein. Oh, das ist ein Tippe. Das ist der neue Glende-Effekt. Ja, wir sind ja angenehmer, oder alter? Da haben wir einen schönen Blutungsschaden rein. Da sind diese Himmel, oder? Das ist der Nass. ich komm mal hoch der duckt mir euch zu sehen ach jetzt rennt er weg oder was na 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 frech war dann beleidigen ist ja fast wie in der Taktion aber du musst du strach du 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 Schnell gepanzerte Heiterkant Was ist denn hin oder? 2 2 zu weit weg was ist denn mit dir verstärkung trifft ein sich näher der feinde erkannt da kommt mir her kundschaft ich glaube ich werde sich da kommt jetzt eigentlich bin ich ein dick zu weit weg der ist dagegen der sagt einfach nichts funktioniert es das mit nutzen komm ich weiß nicht wo sie nach dem geld hin ist da ist eine lücke in der aufzeichnung mal sehen ob sie ihre spur finden ganze stadt sie vier prozent natürlich sind auch weiter bei der blau bausen hinzu gelegt wurden die für die benannten also da kann man sich dann auch noch eine holen allerdings muss man die checkpoints auf heroisch abschließen nicht für mich dabei das sehe ich mal gleich dass die werte besser sind wie vor dem update komme ich da nicht drunter doch noch ich auch nicht weg damit okay das ziel befindet sich in ihrer nähe agent müsste hier drin sein oder jetzt können sie hier bin ich mir da gar nicht nee das war absolut falsch jetzt können wir auf der anderen seite genau ich Da fanden. Da fanden. Da fanden. Da fanden. Da fanden. Was gibt's denn da von euch? Da fanden. Ne? So. Mal gucken. Was haben wir hier? Schau, was haben wir hinlegen? Nein. Jetzt dachte ich da oben rum, aber... Das ist hier gar nicht. Was hat hier irgendwas? Da geht's auf jeden Fall hoch. Ich hab das damals bloß in DC getestet, aber eigentlich muss er das hier aufkommen. Und auch bloß noch Volt. Ich spiele das natürlich hier bloß auf Herausforderung. Ich spiele das. Ich spiele das. Ich spiele das. Oh. Das war fix. Oh, das war's ja noch nicht. ganz okay mit seinen flammen weiter versteckt bei was danach wurde die kraft in der city hall gesichtet sehen sie sich da mal um Wir säubern die Straßen, eine Arschgeige nach der anderen. Gut gemacht, Sheriff. Warte, warte, kriegst du ein wenig Wasser. Ich hol's mir doch wieder. Okay, wo müssen wir denn hin? War ja klar. Wir gehen vom Safehouse aus. Zivilisten sind in Not, die könnten wir ja noch ein wenig nötigen. Nichts, drei, die Jungs. Was? Ich habe hier was für dich. Nachschublieferung erkannt. Okay. Diesmal ist es bloß auf Vorauswand. Wird schön, was er ausgeschaut? No, no, no. Jungs, Jungs, Jungs Oh, Nazi-Jüngler Wollen wir sich das Zeug her? Nee, wir brauchen nicht Verstärkung unterwegs Auf geht's Registriere zusätzliche Feindkontakte Schmerzen Steht mich, ich lade nach Schwer gepassert am Schildern. Ich wusste nicht, wie schlimm es um New York steht. Offenbar halten die Leute China für einen Helden. Puh, keine guten Aussichten. Wow, 14-Morazon. Und wir haben wieder ein Kopfkett. Wann gehe ich jetzt raus? Rattennest. Sind gleich zwei. Natürlich muss man dann am Schluss diese Mission hier noch machen. Ne, komm. Ich gehe jetzt safe aus. Das Ziel ist in der Nähe, Sheriff. Ich gehe jetzt. Wir haben es geschafft! Die Flöscher! Gott! So, dann gleich sind wir da. Wenn ich jetzt richtig glauben würde. Ah ja, ich komme doch schon hoch. So, ich doch. Ich muss mal die Eier wegschießen hier. Ich muss mal die Eier wegschießen. Ja. Könnte ich nicht brauchen. Ich muss mal die Eier wegschießen. Ich muss mal die Eier wegschießen. Wenn wir jetzt ziehen. Vielleicht habe ich ihn dran. Ne? Ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das mit Gastfreundschaft? Ich hab dafür irgendwas. Ein paar Kugeln. Ähm. Ich glaub, das geht hinrum rein, ne? Ja, jetzt ist er ganz sicher. Wo ist denn hier? Ach, liegt's. Okay. Nachschublieferung in der Nähe. Ja, falsch. Das glaub ich doch jetzt nicht. Da sind wir doch richtig. Äh. 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 Ich bin der Körge. ich habe mich am arsch was es sind alle zwei Sie fährt in der Deuer Street. Gehen Sie so auf. Ziel neutralisiert. Sehr gut. 25 müssen wir hier kommen, ne? Hm. Das finde ich immer so nervig, dass es da mal zweimal aufgeht. Ziel erledigt. Gute Arbeit. So, was kriegen wir hier? Nichts, was ich da haben. Wie so aussieht, haben Sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient. Gut gemacht. Nachschublieferung erkannt. Weg. So. Dann schauen wir doch mal. Kopfgeld. Nochmal zwei. Ja, das laufen wir hin. 500 Textilien. Jetzt bringen wir alles dann ein bisschen weg im nächsten Patch. Wenn der neue Händler kommt. Dann fühle ich mich. Okay. I- ... ... Ziel in der Nähe. Hm, jetzt nehmen wir mit. Ich kann doch gerade dazu, ne? Oh, ich knall das trotzdem ab. So, mal Blicktask hier. Da haben wir noch lange. Hier sieht's doch nett aus. Nehmen wir mal gebraten Nudeln mit Ende. Okay. 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 Da, auf der Seite. Ich habe die Datenbank vermarktet. Der Kaffee hat ihnen eine Faltung vorgelegt. Sie haben das Ziel erwischt. Gut gemacht! Da ist ein Skrieg in hier. Das ist so schei-z. Wieder einer weniger. Gute Arbeit, Agent. Gesäubert. Das heißt, wir haben das ganze Ding. Mehr ist da gar nicht. Ich dachte eigentlich, wir müssen da die Mission rein. Wundert mich ein bisschen. Aber, naja, mehr ist da nicht. Gesäubert. Ist fertig. Alles klar, 23%. Und das nächste Mal geht es dann an Two Bridges weiter in knapp Werbung. Ja. Dann sage ich schon mal hier... Wir gehen nochmal in den Bach-Häfen. Ja, das war's. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war's. Ja. Ja. Ja.